So, da sind wir wieder und wir haben vielleicht die Insel des Bösen Geistes gerade gefunden. Oder bei Sack, den Busengeist. Busengeist, ich hab's fast vergessen. Ah ne, ist es nicht. Es ist nicht die Insel, hier war ich schon mal. Nein! Da war, äh, wie denke ich mir, ein GF oder so. Ja, glaub ich auch. Ich, äh, ich hab mich mal so informiert, ich glaube, das ist Odin. Ich mein, wir sind ja unendlich stark, vielleicht könnten wir's mal probieren. Aber, was bringt uns das? Das ist ja so ein random Zufall. Oder, ne, da oben ist er. Oh, nein, das ist, wer ist es? Ich weiß es nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Kann kein Odin sein, das ist eher so ein Drache. Ich würd sagen, sollen wir lassen? Hm, mal gucken, wer das ist, würd ich sagen. Mal den Zuschauern zeigen, was es alles gibt. Los, kauf an. Komm schon. Er traut sich nicht. Oh, Bahamut. Okay, hätten wir jetzt alle nicht gedacht, aber... So. Der ist... Den kennt man aus Final Fantasy. Sieben, acht, neun. Zehn. Zehn. Weiß es ich. Oh, ich glaub wir sind's. Zu schwach. GF. Nein, weißt du was das blöde jetzt ist? Ich hab nicht gespeichert. Uh. Und wenn wir jetzt drauf gehen... Dann... Dann kann man... Nein, nein. Komplett von vorne. Ähm... Was heißt komplett von vorne? Das Ganze kann man im Schnelldurchlauf noch machen. Ja. Okay, wir verlieren sowieso. Ja, bis jetzt einen Schaden. Aber er hat uns auch noch keinen Schaden zugefügt. Wir probieren's mal aus. Das ist mit dem Speichern. Immer wieder. Das ist... Uah. Okay. Emily hat jetzt Schaden kassiert, aber auch nicht so großartig, wie ich seh. Vor allem das ist ein kritischer Treffer, kein Schaden. Ja, kritischer Schaden, aber nicht so viel, dass er gleich auch tot ist. Komm, wir verlieren sowieso. Soll ich F12 machen? Ja, wie war's? Sicherheitshalber. Ich mach's jetzt. Ich glaub, für Bahamut sind wir zu schwach. Bah halt jetzt mal so ein Einblick, kann man sagen. Das ist Bahamut. Also, ähm... Nächstes Video sofort. Es wird hochgeladen. Bis gleich. Bis gleich. Nicht jetzt bis irgendwann mal, sondern bis gleich. Bis gleich.